ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge launch and check ich habe mir mal den ship graveyard simulator rausgesucht bzw er wurde mir im steam workshop vorgeschlagen dadurch ein submarine dlc das spiel jetzt im angebot war war jetzt schon länger auf meiner wunschliste und ja dann habe ich mir gekauft und möchte ganz gerne mal reinschauen ich habe es damals mal ein bisschen auf twitch verfolgt als es ganz neu raus kam deswegen das wird jetzt ein bisschen learning by doing aber gerade das macht neue spiele ja auch aus schiffe sind dein wichtigster arbeitsplatz an ihnen gibt es viel zu zerstören und du kannst auch viele geheimnisse entdecken untersuche die verlassenen schiffe sorgfältig da du auf ihnen eine menge material finden kannst deck wohnbereich maschinenraum es gibt viele orte zu entdecken benutze dein auto um schneller voranzukommen schrott demontiere alles was du kannst von der verschrottung einfacher fässer oder rohre bis hin zu massiven motoren im spiel findest du eine große vielfalt an materialien von gewöhnlichen stahl und kupfer bis hin zu sehr wertvollen silber und gold wähle mit bedacht denn du hast den begrenzten platz in deinem inventar wer ist der ff okay ich denke mal das kriegt man hin hat das war es schon okay du kannst kein schiff bestellen steht im zeitplan in dem metall schrott und vernichte ihn mein rucksack wird denke ich mal ach naja mein auto kann zwölf slots haben ich habe zehn und ich habe kein geld gut gehen wir mal hier rüber oder fahren wir direkt mit dem auto hierfür enter er muss man nicht anmachen schüssel steckt so demontiere kritische punkte wenn du ihn wenn du es richtig anstellt kannst du den zerstörungsprozess beschleunigen ziele auf die blühenden funken um mehr schaden zu verursachen gewinne mehr erfahrung in der hammer beherrschung indem du punkte in deinen fähigkeitsbaum investiert alles klar ah hier sieht man dann auch denn das u-boot ist es noch nicht mal gucken vielleicht ist ja hier schon das u-boot drin dass die schiffe kosten dann pro tag okay tab ist es nicht wo war natürlich habe ich jetzt natürlich direkt nicht die taste womit ich verwende ziehe equipment ah werkzeug 123 da war irgendwo bin ich noch zu weit weg okay zum aufsammeln verkaufe die materialien auf dem markt kann ich dich mit 1 wieder weg packen ja natürlich jetzt nicht viel nur zwei materialien im rucksack und rechts drei gefunden also ich glaube ein auto ist hier noch über bewertet verkaufe du kannst hier sorgfältig gesammelt materialien verkaufen der verkäufer ist nicht der schönste mann der welt aber er bietet gute preise marktregeln die materialpreise ändern sich täglich je nachdem was du verkaufst ja gut man kann natürlich auch zu viel verkaufen und dann eine angebote nachfrage was soll ich denn was möchte ich denn verkaufen ich habe noch keine ahnung aber 32 dollar hätte ich schon ganz gerne kaufe einen sägeblatt im werkzeugshop hier kannst du neue gegenstände kaufen die dir bei der zerstörung von schiffen sicher helfen werden verbesserung du kannst einen verkäufer davon überzeugen ein neues sortiment zu bestellen um es in seinem geschäft zu kaufen natürlich nicht umsonst also dass man vielleicht was ja einfach dass die nachfrage hoch ist ach so hier shop upgrade wird das sein muss denen dann auch noch helfen wenn man ihm die rohstoffe gibt okay wir wollen denke ich ein dietrich und brauchen dafür ein sägeblatt aber das wird hier das sein aber das heißt wir brauchen noch geld dann mal einfach mal was hier so rum liegt oder kann ich hier einfach auf irgendwas drauf fahren sowie auf dich ach kann ich kann ich auch hier drauf fahren oder ist das zu was sie wäre das werde ich alles denke ich mal irgendwie schneiden müssen vielleicht gerade mit der säge liegt auch noch einiges rum gut aber damit sollte ich jetzt schon mal auf jeden fall mehr gesammelt haben als die 18 die mir noch fehlen ich verkaufe mal alles ich weiß ja eh noch nicht was jetzt gerade wie viel wert ist klar hier sieht man was aber werden uns ja denke ich mal überwiegend ja vielleicht mal im blauen bewegen so säge zum trend von metall aber vorsicht säge kann süchtig machen säge die balken und rohre aber achte auf die sehr scharfe klinge das ist schon mal eine motorsäge das schon was anderes das trend von gegenständen verringert die leistung der säge und reduziert den schaden denn sie den sie verursacht hängt daran bei bedarf eine neue klinge im werkzeugshop zu kaufen gut alles nutzt sich ab haben wir mehr erfahrung im schneiden indem du punkte in deinen fähigkeitsbaum investierst ja ok das war das habe ich mir gemerkt ich ja das brauchen wir wohl wenn wir wohl alles am ende des schaffen mal schaden geschwindigkeit ich mach mal das das könnte vielleicht sich bei uns helfen das nicht so schnell verschleißt hier kann man noch richtig was erreichen seilbahn ringladung ok wir sind level 2 schon bestell ein schiff ok das jetzt wird es interessant aus da können wir unser haus upgraden muss ich da sogar rein gibt es hier eine tür deine bestellung und ich denke mal dieses schiff kostet und ein dollar pro tag vorgesehene materialien aber wir sehen sogar was wir bekommen können hier alkohol silberschott mit gold fragmente gibt es gar nicht kupfer wenig oder klein aluminium sehr wenig alles in gold fehlt benzin fehlt auch sehr wenig sehr wenig viel klein mittel klein ja mal gucken wenn wir das komplett zerlegt bekommen warum nicht so warte auf das schiff kann ich mich schlafen legen weil das wird doch helfen am strand tauchen neue gegenstände auf alle gegenstände die auf dem boden liegen verschwinden gegenstände auf dem schiff werden nicht angeht ja ist doch okay weil wir wollen ja um 8 auch das schiff haben da kommt das schiff neues level weiß ach so weil wir den ersten tag jetzt haben und stiger stahl kupfer 400 okay das darf ich auf jeden fall nicht das auto steht noch hier das darf ich auf jeden fall nicht verkaufen aber ich gucke erst mal was wir so schaffen heute mit dem schiff bei das war schon gar nicht so klein aus okay das da ist größer als ich gedacht habe ich habe das mit dem inventar nicht ganz verstanden mit den zehn gegenstellen weil wir vorhin ja auch mehr hatten so das zeigt mir an ich muss mit dem hammer draufhauen kann ich auch erstmal nur hämmern wo ist hier was goldenes oben steht eine eigentlich hoffen ja perfekt das ist gut dass man fortschritt sieht dann mal zerlegen wir auch das schiff mal so gut wie wir können einsammeln würde ich sagen machen wir immer so phasenweise obwohl das hier gerade wirklich nur zerstören ist wenn ich euch einsammeln ja perfekt wenn ich noch das oder den das alte mir in dem fall der haben meine hand halte dreimal stahl wer schon mal muss ich jetzt darüber laufen klingel so auf jeden fall schneller gehört ja alles noch dazu wenn wir jetzt schon mal 25 prozent knapp sind weiß noch nicht ob das so viel sinn macht zu wechseln und dann woanders drauf zu hauen weil so geht es ja eigentlich auch gerade noch relativ schnell vielleicht wird das später mal interessant achso hier sind auch noch kann ich das auch noch auch erst mal weiter umgucken sollen aber ich glaube dafür fürs umgucken bleibt auf jeden fall noch genügend zeit ja gut hammergeschwindigkeit ist natürlich auch nicht verkehrt wenn wir jetzt so viel hier ich denke mal wir werden viel mit dem hammer am anfang machen und wenn wir dann jetzt so viel hier abbauen aber ich glaube auch nicht dass wir direkt das schiff zerlegen vielleicht da oben noch irgendwo was kaputt machen und den rest werden dann mitarbeiter machen hier am strand die schon mehr erfahrung haben und jetzt vielleicht nicht gerade ihren zweiten tag haben kann ich einsammeln ach öl kann ich direkt einsammeln okay macht wenn man gut trifft dann geht das schon deutlich schneller da wollte ich nicht hoch gibt schon auf jeden fall viel auch jetzt bin ich voll ach vielleicht kann man verschiedene stacks haben ah genau fünf 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 wird voll sein ich denke mal das ist auch voll die anderen stacks brauche ich ja noch nicht rüber tun solange sie nicht voll sind ah dann wird das inventar so gezählt das ist das nicht pro öl eins gut das wäre natürlich bei dem schiff jetzt schon nicht wenig an items aber gut ich denke mal dass man wird auch schnell das upgraden können größeres auto größeres inventar 50 prozent haben wir das hier sieht jetzt erstmal alles clean aus würde ich sagen gehen wir mal nach vorne ok ne ich will erstmal ane das highlight wird leichter drin sein wo ich mir auch vorstellen könnte dass wir da drin noch nichts haben ich hoffe dass da irgendwie ein zwei sachen sind die vielleicht ein bisschen wertvoller sind ob wir überhaupt einmal verkaufen müssen auch oder ob wir hier direkt alles mit einmal mit bekommen 82 dollar haben wir 400 brauchen wir plus die items da würde ich gleich vor dem verkaufen noch mal kurz gucken was das genau war das ist einfach nur schrott denke ich oder tut da was raus vielleicht kam es daher vielleicht auch nicht 60 prozent irgendwo müssen wir noch was kaputt machen vielleicht noch drin oder zieht das einsammelnde items vielleicht auch weiß zerstörungs fortschritt aber man scheint sich auch darauf zu beziehen ach das habe ich nur ganz übersehen ich denke mal danach können wir auch nochmal das einladen gehen ich bin jetzt schon voll 5 5 5 5 5 5 5 5icas jetzt haben wir noch sieben plätze frei äh ne fünf wir sind ja nur beim auto nächste zahlung wir sind auf jeden fall gut dabei Ah, genau, sowas hier. Elektrobox oder sowas. Ach, das muss ich... Das kann ich noch gar nicht. Das muss ich brennen. Brokade entfernen. Kein Dietrich. Ah, jetzt wird's interessant. Kein Dietrich. Oh, da liegt noch was drin. Okay, dann schaffen wir gar nicht 100%, weil wir einiges gar nicht können. Möglicherweise. Vielleicht kriegen wir es ja mit dem Schiff und den Materialien, die wir jetzt haben, schon hin, nochmal was zu kaufen. Brauchen wir hier für was? Ne, das geht nicht. Ne, das wird nur... Das wird nur durchs Brennen gehen. Gut, das heißt, 80% kriegen wir hin. Oder habe ich noch was übersehen? Ah, hier ist auch noch was. Okay, das muss... Wo säge ich das denn mitten durch? Okay, so schon mal nicht. Okay, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Okay, das ist weit genug weg von der Wand gewesen anscheinend. Unten rechts sieht man jetzt, wie abgenutzt wir das Ganze haben. Überhaupt bestimmt auch einen größeren Schnitt machen. Okay, da kommt auf jeden Fall einiges bei raus. Ja, die Prozente steigen. Noch gespannt, ob wir die 100% hinbekommen, ohne... dass wir was Neues kaufen müssen. Also, dass sich das jetzt hier auf unsere Materialien bezieht. Aber ich denke mal, eher weniger, dass es sich aufs ganze Schiff bezieht. Und ja, die wollen halt auch, denke ich mal, am Anfang direkt mitteilen, wie und was man upgraden soll. 88% schön und gut. Viel Kupfer, zu viel Kupfer auch. Ich werde nicht alles mitkriegen. Natürlich die Frage, was man hier jetzt noch wegbekommen könnte. Aber wir fahren erst mal. Das Schiff würde ich gerne noch angehen wollen heute. Wir haben noch Zeit. Ich mache ja immer so meistens 30 Minuten Folgen. Auch bei meinen ganzen anderen Videos. Deswegen. Das sollten wir, denke ich, mal hinkriegen. Ich einmal kurz noch mal mir notieren. Werkstatt. Wir wollen 10 Stahl. Plus 6 mal Kupfer. Das dürfen wir nicht oder kann ich das hier schon irgendwie rein transferieren? Ne, das werde ich wohl bei mir halten müssen. Markt. So. Öl kann weg. Kupfer brauchen wir 2 Stacks. Stahl haben wir noch genug. Kaufen für 300. Oh, dann nehmen wir jetzt hier einmal Stahl raus. Dann haben wir es ja eigentlich schon. Nein, wir brauchen 10 mal Stahl. Tift plus linke Maustaste. Teilen. Okay. Hat nicht ganz so funktioniert. Dann kaufen wir dich mal. Schmelzen. Kombinieren sie mit Materialien und schmelze sie, um neue Legierungen herzustellen. Jede Legierung erfordert unterschiedliche Schmelzbedingungen. Du musst den Ofen sorgfältig positionieren und vorsichtig sein. Ein Fehler kann deine Materialien zerstören. Lager. Nutzt du das Lager in der Nähe des Ofens und Materialien zu lagern? Okay. Verbesserung. Weitere die Werkstatt um neue Schmelzoptionen zu erhalten. Temperatur, Luft und Wassertemperatur sind für den Schmelz, Umschmelzprozess sehr wichtig. Durch die Aufrüstung erhöhst du auch den Lagerplatz. Alles klar. Wird mir schon gesagt, wie und was ich wie schmelzen kann. Ah! Stahl plus Kupfer plus 1000 Grad ist unlegierter Stahl. Ja gut, weiß ich jetzt noch nicht zwingend, ob ich das jetzt ausprobieren möchte. Ich wollte mal einmal hier nachfragen. Der Dietrich 270. Und ich denke mal, dann müssen wir den Shop upgraden. Ach und wir brauchen auch ungelegierten Stahl dafür. Bei den Dietrich würde ich gerne ausprobieren. Von unserem Schiff. Ich tu mir einmal Stahl. Ach ne, nehm wir ab. Machen wir mal eben so. Du möchtest Stahl und Kupfer. Stahl und Kupfer kommt einmal hier rein. Der Rest, jetzt kann ich glaube ich alles mitnehmen. wird verkauft. Ich denke mal an Kupfer. Damit werden wir zugemüllt. Ich denke mal, das wird richtig viel. 500 Dollar. Bitte einmal den Dietrich. Okay. Wenn ich die Inspektion, ja, ich glaub dem mal. Benutzt den Dietrich, um verschlossene Türen und Thronen zu öffnen. Verschiedene Kisten haben unterschiedliche Schwierigkeiten, ne, haben unterschiedliche Schwierigkeiten zu öffnende Schlösser. Wenn du einmal keine Dietrich mehr hast, kaufe sie im Werkzeugshop nach. Ja, okay. Alles, denke ich, relativ selbsterklärend. So, wir können gleich vielleicht noch einmal den Ofen ausprobieren, nachdem wir mit dem Schiff fertig sind. dass wir einmal unlegierten Stahl herstellen. Die Sonne geht auch so langsam unter. Das heißt, wir haben jetzt noch auf jeden Fall die zwei Truhen zu öffnen. Und ich muss noch mal gucken, ob wir hier noch mal irgendwo was schneiden können, weil da hab ich oder muss ich das dafür in die Hand nehmen? Oh, kommen wir da hoch? Das ist die 100%. Aha. Hier ist auch noch was. Jetzt sind wir auch schon grün. Gab auch eine Errungenschaft. Okay, das war jetzt ziemlich easy. Durch Gas Station Simulator bin ich das gewohnt, Schlösser zu knacken. Gucken wir gleich mal, ob es runtergefallen ist. Und ich denke mal, das Letzte, was jetzt noch fehlt, ist das, was wir abbrennen müssten. Den Schaltkasten. Das hier wird nicht gehen, weil dann bricht irgendwas zusammen. Das geht auch nicht. Machen wir die Taschenlampe an. Das, da leuchtet auch nichts. Ah, da wäre auch noch mal eine Treppe gewesen. Ein Teil ist runtergefallen. Das sieht eigentlich alles... Oh, ich denke jetzt mal nicht, dass wir außen was machen müssen. Ich denke mal so, das mit dem Dietrich ist so on top. Und ich denke mal, das hier ist einfach das, was am Anfang noch nicht geht. Ich mache immer noch ein Stückchen runter. Ah ja, fast schon in Ausgangsposition. Ja, dann muss das wohl hier bleiben. Das kann ich noch nicht. Dafür brauchen wir den Händler auf Stufe 2, denke ich mal. Das hier geht auch nicht ab, oder? Nee. Okay. Ja, wenn ich was übersehen habe, dann ist jetzt zu spät, weil ich würde das Schiff, glaube ich, oder ich kann mir gut vorstellen, dass wir das zurückgeben müssen, weil dann würde ich es auch zurückgeben. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt noch mal nach dem unlegierten Stahl. Ja, schade, hier liegt natürlich jetzt noch überall was rum, wenn man einfach nur Geld mal eben braucht und sich zum Beispiel keinen Schiff leisten kann, finde ich das eigentlich ganz gut. Okay. Dich stelle ich einfach nur so ein. Ah, ich muss das vorher einmal checken. Okay, dann Kupfer und Ah, nee, die mache ich nicht an. Ach, oder brauchst du 25 von Ne, hier steht einmal. Ist das der Anschalter? Ah. Fortschritt, im Spiel gibt es eine Menge freizuschalten. Steig auf und erhalte Zugang zu neuen Schiffen und Richtlinien. Aufträge, liefere dir erforderlichen Materialien, um die Bestellung abzuschließen und die Belohnung zu erhalten. Du wirst nie alle Aufträge abarbeiten können. Jeden Tag kommen neue hinzu. Na gut, das ist ja eigentlich gar nicht mal verkehrt. Verbessere das Zelt oder neuer Auftrag verfügbar. Das heißt, wir haben jetzt Ach, wir haben das direkt im Invent... Nee, kann ja nicht sein. Haben wir das im Lager? Oh nicht, wo ist denn das? Ach, hier unten liegt es. Ja nice, dann haben wir das Fels auch schon mal. Fünf Stück. Alles einfach ins Lager. Dann gucke ich noch einmal, ob ich das Schiff zurückgeben kann oder wie das ist. Reservierung annullieren. Das Schiff verschwindet um 8 Uhr. Du hast kein Schiff bestellt und hier haben wir dann neue Schiffe, wo wir neue Sachen machen können. Da haben wir wieder noch das Anfängerschiff und hier haben wir dann Schiffe, die natürlich deutlich mehr kosten. Ich denke aber auch sehr, sehr viel mehr Geld bringen. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie die Schiffe dann aussehen. Ich fand das ja jetzt schon ziemlich groß. Das soll es aber für heute erstmal gewesen sein mit einer neuen Folge Launch & Check hier vom Ship Graveyard Simulator. Ich bedanke mich für das Zusehen. Ich denke mal, ich werde hier auf jeden Fall nochmal privat weiterspielen. Vielleicht wird es auch nochmal eine Folge so geben von dem Spiel. Ich fand den ersten Eindruck jetzt eigentlich ganz cool. Gerade wenn man dann auch nochmal größere Schiffe zerlegen kann oder auch da vielleicht dann auch relativ schnell hoffentlich ein U-Boot. Wer weiß, ab wann das DLC das vorsieht, dass hier sowas unter verfügbare Schiffe auftaucht. Ja, gut. Da muss ich einfach spielen für. Mal gucken, wann das kommt. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Würde mich über eine Bewertung freuen. Und ich hoffe, man sieht sich in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Ciao.